Ich werde da sein, 105 Punkte. Hier kriegt jeder sein Fett, 151. Verzeihen Sie Madame, die Nummer 5, 223 Punkte. Nummer 6, Theater, 268. 268 Punkte für Katja Eckstein. 161 Punkte für Hallo Adam, Hallo Eva. Und Montezuma Kasl, 254. Im Mindelsänger Mädchenfänger, 147 Punkte. Gib uns Zeit, 149. 11, 223 Punkte. Und die Oper 202, also Theater vorläufig, vorläufig, 268, aber das sagt ja noch gar nichts. Thomas, vorhin, es wird jetzt zwei, drei Minuten dauern und dann komme ich mit dem nächsten Ergebnis. Gut, dann wende ich mich wieder an unser Publikum. Theater blinkt, aber wie gesagt, es ist ein sehr vorläufiges Endergebnis, an dem sich natürlich noch etwas ändern kann und vielleicht auch ändern wird. Dann darf ich vielleicht einige Gäste begrüßen. Blackie Fuchsberger, guten Abend. Also wir treffen uns auch dauernd. Wo wäre ich stehen, wenn das nächste Ergebnis kommt? Und ich bitte jetzt um unser zweites Zwischenergebnis. Jetzt ist Atom still. Das zweite Zwischenergebnis bitte jetzt eingeben in die Tafel. Und ich werde dann einfach nur dastehen und mich genauso wundern wie die anderen auch. 495 für Nummer 1. 764 jetzt für die Nummer 2. Nummer 3, ich werde da sein, wenn es Sturm gibt. 302. Hier rät jeder sein Fett. 415. Verzeihen Sie, Madame. 575. Theater 730. Hallo Adam, hallo Eva. 452. 655 für Montezuma Castle. Nummer 9, die Minde-Sänger mit 389. 354, gib uns Zeit. Nummer 11, 653 Punkte. Und in der Oper 456. Es gab einen Wechsel jetzt bereits unter den Spitzenreitern, die Nummer 1 jetzt fahren. Das, wie gesagt, ein zweites Ergebnis, noch bei weitem nicht das endgültige Ergebnis. Trotzdem natürlich für mich ein Grund, jetzt mal zu unseren Künstlern hinüber zu gehen. Und ganz kurz guten Tag zu sagen. Richtig, was die Peggy Marsch gerade gesagt hat, man zittert, was? Adam, hallo Adam, hallo Eva. Es ist furchtbar. Es ist das gleiche wie beim Eiskunstlauf. Da tun es mir auch immer so leid. Da stehen die Arme, verschwitzt da und kriegen noch kaum Luft. Und dann kommt die Kamera und dann kommen die Punkte. Und das ist eine ganz blöde Situation. Aber ist es für euch so, und das hoffe ich natürlich, dass der olympische Gedanke eine Rolle spielt, dabei sein? Ja, aber auf jeden Fall. Und ich glaube, im Namen aller Kollegen zu sprechen. Es hat uns allen riesig viel Spaß gemacht. Und die Caroline hat ja vorher schon gesagt, dass hier also zwölf Gewinner praktisch bereitstehen. Zwölf, die ausgesucht wurden aus einer Riesenanzahl von eingesandten Titeln. Also, ich drücke euch weiter den Daumen, zitter mit euch mit. Und ich gehe vielleicht jetzt doch nochmal zu unseren Gästen, bis das nächste Ergebnis da ist. Der stabile Wert kommt. Und dann das Endergebnis. So, bitte jetzt den Trend. Wir machen das immer etwas spannend. Paul Kuhn ist auch fasziniert. Aber, Paul, für dich kann er überhaupt nicht schief gehen. Nee, ne? Meine ich auch, ja. Nee, das ist ein schönes Gefühl. Man sitzt hier und hat nichts zu verlieren. Aber alles zu gewinnen. Ja, das weiß ich nicht, aber nichts zu verlieren. Vor allem die Gunst des Publikums. Vielen Dank. So. Und jetzt schicken Sie mir meinen Trend. Nummer 1, du bist nicht mehr frei. 939 Punkte für Mel Jersey. Costa Cordales. 1432. Ich werde da sein, wenn es Sturm gibt. 637. Hier kriegt jeder seine Punkte. 840. Die Nummer 4. Verzeihen Sie, Madame. 1103. Auch Stefan Waggershausen schwingt sich in die vierstelligen Summen. Katja Elfstein. 1, 4, 0, 6. 1406 Punkte für Katja Elfstein. Hallo Adam, hallo Eva. 827 Punkte für Adam und Eve. Montezuma Castle. 1.101 Punkt. Die Mindesänger. 773 Punkte. Gib uns Zeit. Wir geben sie euch. 654. Nummer 11, 1225 Punkte für Susanne Klee. Und die Nummer 12 in der Oper, 763 Punkte. Die Opernfreunde sind noch nicht zu Hause. So. Fahnen. Die Nummer 2 blinkt auf. Unser Spitzenreiter im Moment. Fahnen. Costa Cordales. So. Costa. Darf ich dich ein bisschen zu mir bitten, obwohl ich weiß, dass ich neben dir wahnsinnig verliere, aber trotzdem. Costa. Wie fühlst du dich jetzt? Sehr gut. Sehr gut. Caroline. Ja, bitte. So. Einen Tusch. Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, was dieser Tusch bedeutet. Das Endergebnis steht fest. Caroline, komm zu mir. Wir rufen das Endergebnis ab. Hat sich der Trend stabilisiert? Ist zur Gewissheit geworden? Es steht nun fest. 1.432 Punkte mäßig. Costa. Wir warten noch, bis wir ganz genau auf unserer Tafel das Ergebnis abraten. Dann haben. Wollen wir es noch mal sehen? Oder tut sich nichts mehr? Nein, das ist der letzte Stand. Noch nicht Frau Dr. Köhler. Noch. Das vierte Zwischenergebnis. Frau Dr. Köhler, das war Ihr Auftritt. Dankeschön. Aber Costa, bleib in der Nähe. Auch ein schönes Paar. Na? Auch ein schönes Paar. Dann warten wir. Frau Dr. Köhler meinte, nehmen Sie den Kordalis und gehen Sie auf die Bühne. Das ist ein gutes Zeichen, wenn Frau Dr. Köhler meint, hat das immer was zu bedeuten. Trotzdem, wir wollen es genau wissen. Und darf ich unsere beiden Mädchen jetzt mal bitten. Endergebnis. Endergebnis. Costa, vielleicht einen Schritt zurück. Einen Schritt zurück noch, ja? Der Herr Nottscher hat gerade gewunken. So. Also. Endergebnis steht fest. Frau Dr. Köhler. Moment. Moment. Sie sehen, das ist live. Da sagen Sie mir, das ist live. Es ist aber nicht nur live, sondern es ist wie gesagt. Spannend. 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 Caroline, das war das Wort, das ich gesucht habe. Bei allen Proben haben wir gesagt, das ist aber spannend. Und jetzt, was wirklich spannend ist. Du, vielleicht geht das über zwei Sekunden. Moment, Frau Dr. Köhler. Ja, in zwei Sekunden bis jetzt fertig. Zwei Sekunden sind wir fertig. Zwei Sekunden ist es ja überhaupt nicht. Vielleicht liegt es an der 2000, dass Sie die zwei nicht haben, weißt du, zum Eingeben. Das war eine lange Sekunde. Im Hintergrund der große Vereinigte Deutsche Schlagerchor. Alles geboten, Indianer, Federn, Zylinder. Das Publikum wird jetzt auch spannend sein, denn wer hat nun den blauen Zettel mit dem richtigen Namen? Ja, eben. Das ist ja nun auch wichtig. Für das Publikum, wie für unsere Interpretten, geht es um die gleiche Frage. Wer fährt nach Den Haag und sagt guten Abend? Das sind aber zwei lange Sekunden bei Infratest. Das sind zwei Minuten, Wolf. Es ist zwei Minuten. Zwei Minuten. Wir könnten auch mogeln und sagen, bitteschön, Endergebnis steht fest. Dann werden wir fein raus, aber wir wollen es eben ganz genau wissen. Jetzt noch mal den Tusch. Also. Das war vor der Generalprobe. Der war auch schon viel besser. So. Jetzt das Endergebnis. Drei. Du bist nicht mehr frei. Tausend. Dreihundertundzehn. Atemlose Stille. Hahn. Viertausend. Sechshundertundvierundvierzig. Ich werde da sein. Wenn ich's bin, sagt der Koster jetzt. 2.169 Punkte für Marianne Rosenberg. Hier kriegt jeder sein Fett. 2.823 Punkte. Verzeihen Sie Madame Stefan Wackershausen. 3.625 Punkte. Katja Eppstein mit Theater. 4.828 Punkte. Hallo Adam. Hallo Eva. 2.847 Punkte. Nummer 8. Montezuma Castle. 3.586. Männensänger. Mädchenfänger. 2.747 Punkte.